Have your attention please. Das hatte einen guten Grund und zwar ist mein Modem letzte Woche kaputt gegangen und ich habe versucht das umzutauschen und habe dann ein falsches zugeschickt bekommen, musste das dann wieder zurückschicken und ja, hat sich ein bisschen hingezogen. Aber jetzt bin ich wieder voll und ganz da. In den nächsten Tagen werde ich Videos raushauen ohne Ende. Als heute Morgen das Ding angekommen ist und ich das dann angeschlossen habe, habe ich sofort zwei Videos rausgehauen, die schon bei mir hochgeladen waren auf YouTube. Empire. Empire macht mir gerade große Sorgen. Ich war noch nicht drauf gucken, weil ich dann auf jeden Fall mit euch zusammen machen wollte. Also ich werde jetzt gleich mal bei Empire drauf gehen und mit euch zusammen. Dann werde ich euch da mal zeigen, wie das ist, wenn man sich nach sieben Tagen einloggt. Ich gucke mal, wie viele Mails ich habe. Wahrscheinlich 99 plus oder so. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe. Ich habe gesehen, der Preibisch, der hat sich gut und eingehend um euch gekümmert. Also der hat euch gesagt, wo mein Problem liegt, weil viele von euch haben echt gefragt, lebst du noch? Was ist los mit dir? Und einige von euch haben sich auch Sorgen gemacht. Also ich habe den Scryme LPs, der hat meine private Handynummer und der hatte mir dann geschrieben und gesagt, hey, was ist los mit dir? Kommst du überhaupt nochmal online? Ja, dem habe ich dann Bescheid gesagt. Über den ist dann auch Preibisch informiert worden und der hat sich ja ganz gut um euch gekümmert. Ja, es tut mir echt super leid. Ich werde jetzt auf jeden Fall diese Woche raushauen, was geht. Und ja, wenn euch interessiert, was bei Empire los ist, dann schaltet auf jeden Fall morgen ein. Denn dann werde ich die Folge hochladen. Mal gucken, ob es eine Fail-Folge ist oder... Ja, ich bin so gespannt. Ich hoffe, meine Burg steht noch. Ey, ich habe einen Kommentar gehabt, da findet jemand meine Burg nicht. Also ich hoffe, der hat sich nur vertipselt, weil das kann eigentlich nicht sein. Ich bin schon so hoch, das kann nicht sein, dass nach einer Woche meine Burg auf der Karte verschwindet. Es sei denn, die Leute haben natürlich nur darauf gewartet, meine Burg zu löschen. Aber dann werde ich mich natürlich dafür einsetzen. Ich habe so Angst. Ich gebe mir einfach Zeit. Ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, wenn alles in Ordnung ist da bei Empire. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir, auch wenn ich mal eine Woche von der Bildfläche verschwinde. Und, achso, ja, ich habe gesehen, also super viele neue Leute sind in der einen Woche gekommen. Ich glaube, 50 neue Leute oder so. Herzlich willkommen erst mal bei mir auf meinem Kanal. Ja, vielleicht seht ihr mich jetzt das erste Mal in Real Life. Trotzdem auf eurem Bildschirm. Aber, naja, gut. Jetzt habt ihr mal ein Gesicht zu der Stimme. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war alles. Ich wollte euch eigentlich jetzt nur kurz eben Bescheid sagen, weil ich finde, das ist immer ein bisschen persönlicher, wenn ich dann jetzt hier so ein schnelles Video mache. Und wer sich jetzt gerade hier hinten an meiner ungebügelten Dingensbumens hier stört, ja, ich habe jetzt keine Lust gehabt mehr zu bügeln. Okay, bis dann. Tschüss!